Die sanfte Yin-Yoga-Sequenz, die ich heute mit euch machen möchte, eignet sich wunderbar zum Ausgleich nach einem aktiven und anstrengenden Tag, um den Körper zu entspannen und zu dehnen. Ihr braucht heute ein Yoga-Polster, wenn ihr eins habt, der ist nicht zwingend, dann ein Handtuch, das ihr dick falten könnt zum Draufsetzen oder ihr könnt auch eine Decke nehmen, ist auch okay. Und zwei Yoga-Blöcke. Und wir beginnen hier mit einer Vorbeuge im Schmetterling. Du verbindest die Fußsohlen und jetzt kannst du mal schauen, welchen Abstand du hier nimmst. Je mehr die Füße von dir weg sind und der Abstand hier größer ist zwischen Schambein und Fersen, desto mehr Dehnung spürst du hier in deinen Beinrückseiten. Wenn du die Füße enger an den Körper herannimmst, dann wirst du die Dehnung mehr an den Beininnenseiten und Leisten spüren. Versuch einen angenehmen Abstand für dich zu finden, wo du dich nach vorne beugen kannst. Wir beugen uns mit runder Wirbelsäule nach vorne beim Yin-Yoga, weil wir Platz schaffen wollen zwischen den Wirbeln und auch hier das Fasziengewebe am Rücken dehnen wollen. Du kannst jetzt, wenn zum Beispiel hier du ein unangenehmes Gefühl in den Knien spürst oder die Spannung an den Leisten zu hoch ist, gerne unterstützen hier mit Blöcken, indem du die Blöcke hier an die Außenseiten der Oberschenkel nimmst. Wenn du dich jetzt nach vorne beugst, hast du auch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst entweder die Hände auf deine Füße legen oder hier die Hände hindurch fädeln. Du kannst auch den Kopf einfach hängen lassen, um hier noch eine schöne Dehnung im Nacken, hinter dem Nacken zu spüren. Wenn du irgendwie Probleme in der Halswirbelsäule hast, würde ich das nicht empfehlen und dann nimmst du dir vielleicht einfach einen Block, auf dem du hier deine Stirn ablegst. Zusätzlich, das ist jetzt nur optional, kannst du, wenn du möchtest, hier die Zehen ineinander verzahnen. Wenn das nicht geht, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und dann beugst du dich nach vorne. Wir halten jetzt hier für eine Weile und du möchtest komplett die Muskulatur hier gerade in den Beinen, in den Hüften entspannen. Indem wir hier die Zehen verzahnen, das ist eine schöne Art und Weise, um die Energie im Körper hier zu stimulieren. In der TCM sind die Füße relativ wichtig, weil sechs von den zwölf Meridianen in den Füßen beginnen bzw. enden. Und dann finde jetzt hier deine erste Grenze, deinen ersten Widerstand, wo du eine Dehnung, eine Stimulation hier im unteren Rücken, an den Beininnenseiten und an den Leisten spürst. Dann werden wir still und halten hier die Position für ein paar Minuten. Lass dich förmlich hier in diese Position hineinschmelzen. Der Atem fließt ganz ruhig und sanft. Gerne nochmal vielleicht durch die Nase einatmen. Und durch den Mund ausatmen. Lass jeglichen Stress, Anspannung mit der Ausatmung aus deinem Körper entweichen. Die Gesichtszüge ganz weich. Und spüre, wie der Oberkörper nach und nach im Meer in die Vorbeuge sinkt. Die Schultern sind ganz entspannt. Für ein paar Atemzüge bleiben wir hier noch. Und die Lippen liegen ganz sanft aufeinander. Und spanne auch den kleinen Muskel hier zwischen deinen Augenbrauen. Genieße die beruhigende Wirkung der Vorbeuge. Spüre, wie sich auch der Rücken langsam entspannt. Auch das Ganze ausatmen. Und das Ganze ausatmen. Lass jetzt wirklich den Tag hinter dir, dass jegliche Anspannung und Stress von dir abfallen. Und dann ganz langsam hebst du deinen Oberkörper wieder an, kommst aus der Position heraus und dann streckst du deine Beine und dann gerne deine Beine einfach mal kurz ein bisschen ausschütteln und dann lehn dich zurück in deine Hände, stell die Füße mattenbreit auf und dann lass die Knie ein bisschen von rechts nach links fallen. Um Anspannung hier in den Hüften, in den Leisten zu lösen. Und von hier kommen wir in unsere nächste Position, in dem du die Beine weit aufgrätscht. Wenn du jetzt merkst, weil die Beinrückseiten etwas verkürzt sind, dass der Rücken sich rundet und du einsinkst und aufs Kreuzbein zurückrollst, dann würde ich dir empfehlen, dich hier auf das Handtuch oder eine Decke zu setzen. Das hilft dir, sodass du dich vom Becken her besser nach vorne beugen kannst. Wenn du merkst, es ist noch immer schwierig, sodass du in eine Vorbeuge kommen kannst, dann beug gerne deine Knie und leg auch Blöcke hier unter deine Knie, sodass du deine Beine wirklich entspannen kannst. Beim Yin-Yoga ist die Muskulatur wirklich entspannt in den Positionen. Deine Füße fallen einfach dorthin, wo sie hinfallen, nach innen, nach außen. Es ist egal. Und dann beugen wir uns nach vorne. Du kannst jetzt gerne einfach die Unterarme auflegen, auch hier gerne den Kopf nach unten sinken lassen, wenn das okay ist für die Halswirbelsäule. Oder du kannst natürlich auch jetzt das Polster nehmen, wenn du den Körper komplett hier ablegen möchtest vielleicht. Oder vielleicht möchtest du auch einfach nur mit einem Block arbeiten, diesen unter deine Stirn legen. Ja, da darfst du immer ganz kreativ sein mit den Hilfsmitteln. Versichere dich, dass du hier kein Ziehen an den Innenseiten deiner Knie spürst. Du möchtest die Dehnung hier an den beiden Innenseiten und Leisten spüren. Und vielleicht auch in deinem Rücken. Besonders vielleicht hier im Lendenwirbelbereich. Dass die Schultern auch ganz weich werden. Schließe gerne deine Augen, sodass du nun den Blick mehr nach innen richten kannst. Es ist auch völlig egal, wie weit du dich hier nach vorne beugen kannst. Wichtig ist, dass du die Empfindungen, die Dehnung hier in deinem Körper wahrnehmen kannst. Du möchtest gestaute Emotionen loslassen. Mit jeder Ausatmung etwas mehr. Du möchtest dich von Anspannung und Stress befreien. Spür, wie dein Körper nach und nach hier mehr in die Vorbeuge sinkt. Und du beginnst loszulassen. Dich darauf einzulassen. Der Körper ist ganz entspannt. Deine Atmung ruhig und sanft durch die Nase ein und wieder aus. Auch die Bauchdecke ist ganz weich, entspannt, bewegt sich mit deiner Atmung. Wir wollen Ruhe und Ausgeglichenheit finden. Den stressigen Tag einfach hinter uns lassen. Versuche mehr, präsent zu sein in diesem Moment. Nicht so sehr drüber nachzudenken, was heute vielleicht während des Tages passiert ist. Und auch keine Pläne schmieden, was du jetzt vielleicht nach der Yoga-Sequenz vorhast. Genieße es wirklich, in diesem Moment zu sein, deinen Körper zu spüren und wahrzunehmen. Nehm wahr, wie der Körper beginnt, sich langsam zu öffnen. Genieße es einfach mal, nichts tun zu müssen. Hier bleiben wir noch für einige Atemzüge. Und dann ganz langsam bewege dich achtsam. Richtest du dich wieder auf. Und du kannst hier gerne die Hände unter die Knie nehmen, um die Beine anzuheben. Legst du dich jetzt auf den Rücken. Wir wollen hier für ein paar Atemzüge liegen bleiben, bevor wir gleich in unsere nächste Yin-Yoga-Position kommen. Es ist wichtig, dass wir gerade nach lang gehaltenen Yin-Yoga-Posen unserem Körper kurz Ruhe gönnen. Und auch unseren Impulsen einfach folgen. Atme gerne nochmal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Lass jetzt alles los. Und spür nach. Und dann beugst du deine Knie, stellst jetzt die Füße hüftbreit und parallel auf den Boden auf. Und dann legst du dein Fußgelenk, dein rechtes, auf deinem linken Oberschenkel ab. Hier wieder kurz Kopf und Schultern, sodass du deine Beine sehen kannst. Und dann hebst du den linken Fuß an, nimmst jetzt die rechte Hand hier durch die Lücke hindurch, die du kreiert hast, die linke Hand an der Außenseite vorbei. Und dann greifst du die Finger ineinander hier um dein Schienbein oder um die Beinrückseite herum. Da, wo du gut greifen kannst. Und vor allem da, wo du Kopf und Schultern wieder entspannt auf den Boden ablegen kannst. Zieht das linke Knie zu dir heran, während du das rechte angewinkelte Bein hier von dir wegschiebst. Wir sind etwas young und etwas aktiv in unserem Oberkörper, aber versuche die Muskulatur hier in deinen Beinen und in den Hüften komplett zu entspannen. Wenn du jetzt merkst, dass der Nacken gestaucht ist, das Kinn mehr so zur Decke ausgerichtet und du eine Spannung im vorderen Halsbereich spürst, dann lege jetzt bitte das gefaltete Handtuch oder Decke unter deinen Hinterkopf. Entspann die Schultern in den Boden. Spür die Auflage deines gesamten Rückens. Wenn du hier ein bisschen Probleme mit deinem Knie hast oder dein Knie spürst, kannst du gerne deinen Fuß etwas flexen, um den Kniebereich zu stabilisieren. Du sollst die Dehnung hier an der Außenseite deiner rechten Hüfte spüren. Keine Schmerzen im Knie. Auch hier, wenn du möchtest, schließe deine Augen und tauche hier in die Entspannung, in die Dehnung hinein. Vielleicht spürst du die Dehnung nicht nur an der Außenseite deiner Hüfte, wo die Gluts sind, sondern vielleicht auch an der Außenseite deines Oberschenkels, wo das IT-Band entlangläuft. Atme entspannt in deinen Bauch hinein. Der bewegt sich im Rhythmus deiner Atmung. Bleib entspannt in den Schultern, auch wenn die Arme jetzt etwas aktiv sind. Und auch hier verweilen wir noch ein wenig. Lassen die Dehnung, die Stimulation auf uns wirken. Atem fließt auch hier ruhig und sanft. Auch der Kiefer ist locker. Und auch der Kiefer ist locker. Noch einige Momente hier. Und auch hier, wir bewegen uns wieder ganz langsam, wenn wir aus der Position herauskommen. Stell die Füße auf und bevor wir jetzt zur anderen Seite kommen, nimm die Füße mattenbreit und lass einfach mal die Knie zueinander fallen. Leg die Hände hier auf deinen Bauch, die Ellenbogen ruhen entspannt auf dem Boden. Und auch hier spür nach. Lass den unteren Rücken in den Boden sinken. Spür die Energie, die durch deinen Körper fließt, das Chi, besonders in dem Bereich, wo wir gerade gedehnt und stimuliert haben, an den Außenseiten der Hüften. Und dann löst du die Knie voneinander, stellst die Füße wieder hüftbreit auf und legst diesmal das linke Fußgelenk auf deinem rechten Oberschenkel ab. Auch hier, du kannst erstmal Kopf und Schultern heben, so dass du deine Beine sehen kannst. Und dann heb den rechten Fuß, nimm jetzt die linke Hand hier durch die Lücke, rechte Hand an der Außenseite vorbei, und greife ums Schienbein oder deine Beinrückseite da, wo du gut greifen kannst und Kopf und Schultern ablegen kannst. Dein Nacken lang. Wie gesagt, du kannst dir gerne was unter den Hinterkopf legen, falls eine Spannung im vorderen Halsbereich entsteht. Und auch hier, du kannst schon gerne ein bisschen das Bein zu dir heranziehen, so dass du eine Dehnung hier jetzt an der Außenseite deines linken Beins und Hüfte spürst. In Yin Yoga, wir wollen eine Dehnung und Stimulation spüren. Es ist kein Restorative Yoga. Und dann schließe gerne wieder deine Augen und sende deinen Atem in die Bereiche, wo du Empfindungen spürst. Und versuche diese Bereiche ganz bewusst zu entspannen und loszulassen. Versuche dann auch mehr, dein Gesicht zu entspannen. Vom Haaransatz abwärts zu den Augenbrauen. In der Mitte der Augenbrauen zu den Schläfen. Und lass die Augen schwer in die Augenhöhlen sinken. Entspanne die Wangen, ihr abwärts zum Kinn. Den Kiefer locker und entspannt. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Die Lippen liegen ganz sanft aufeinander. Die Zunge vom Gaumendach gelöst. Versuche wirklich, ganz bei dir selbst, bei deinem Atem zu sein. Bei den Empfindungen, die du in deinem Körper spürst. Alles andere ist jetzt nicht so wichtig. Immer wieder die Schultern entspannen. Und Richtung Boden sinken lassen. Und dann beginnen wir auch hier langsam zu lösen. Stell die Füße auf. Und dann stell die Füße mattenbreit auf. Nimm die Arme hier zur Seite auf Schulterhöhe. Und lass die Knie jetzt von rechts nach links fallen. Ganz locker. Und das nächste Mal, wenn die Knie jetzt hier zur rechten Seite fallen, dann lässt du sie einfach hier zum Boden sinken. Die Füße sind noch immer mattenbreit geöffnet. Wenn das okay ist für deine Halswirbelsäule, dann kannst du den Kopf jetzt nach links drehen. Also in die entgegengesetzte Richtung. Du kannst jetzt hier bleiben. Oder wenn es okay ist für dein Knie, und du noch mehr Dehnung an der Außenseite deines linken Beinen möchtest, kannst du dein Fußgelenk hier auf deinem Oberschenkelknie ablegen. Aber bitte achte darauf, dass du wirklich keine Schmerzen in deinem Knie verspürst. Und auch hier möchtest du die Schultern schwer in den Boden schmelzen lassen. Hier in der Wirbelsäulendrehung wollen wir Spannungen aus der Wirbelsäule lösen. Mal wieder bei Balance schaffen im Nervensystem. Auch durch die Atmung, durch die Drehung werden unsere Bauchorgane ganz sanft massiert. Versuche wirklich hier deine Wirbelsäule zu entspannen. Ganz bewusst. Wenn sich das irgendwie nicht so gut anfühlt für deine Halswirbelsäule, aus irgendeinem Grund, wenn du in die entgegengesetzte Richtung schaust, kannst du auch jederzeit den Blick zur Decke nehmen. Dann spüre ich dich, wie auch die Anspannung nicht nur aus deinem Körper, sondern auch aus deinem Gesicht entweicht. Wie vielleicht dein Geist etwas ruhiger wird. Die Geschehnisse des Tages in den Hintergrund treten. Wenn die Knochen sich unterstützt fühlen, dann kann auch die Muskulatur wirklich entspannen. Dann langsam legst du dein Fußgelenk wieder auf den Boden ab. Und einatmen, hebst deine Knie an. Und dann kommen wir zur anderen Seite. Die Füße sind, wie gesagt, mattenbreit geöffnet. Und dann lässt du sie nach links kippen. Du kannst hier gerne liegen bleiben. Oder wenn du etwas tiefer in die Wirbelsäulendrehung hineinkommen möchtest und wie gesagt noch eine Dehnung hier integrieren möchtest, an der Außenseite deiner Hüfte deines Beins anlegst du dein linkes Fußgelenk auf dem Oberschenkel ab und drehst jetzt deinen Kopf zur rechten Seite oder du lässt den Blick nach oben zur Decke gerichtet. Wenn Aktivität, Yang und Erholung, Yin, nicht in Balance sind, entsteht auf Dauer ein ungesundes Ungleichgewicht. Dieses Zuviel spüren wir ganz oft in unserer Yang-orientierten Welt, in dem wir uns erschöpft und gestresst fühlen. Da hilft es auch meist nicht, wenn wir Ablenkung in Yang-orientierten Aktivitäten suchen. Das, was meist fehlt, ist eine Yin-orientierte Auszeit, die wir uns jetzt hier auch nehmen. ganz bewusst diese Zeit sich nehmen, um einfach mal wieder runterzukommen. so dass wir nicht die ganze Zeit in unserem Young-Mode sind. Das, was wir jetzt hier auch nehmen, Auch hier bleiben wir noch für ein paar tiefe Atemzüge. Nutze die Ausatmung, um noch mehr zu entspannen und loszulassen. Und langsam den Fuß wieder ablegen und die Knie anheben. Für die nächste Übung greifst du dir jetzt einen Block. Die Füße sind hüftbreit und parallel aufgestellt und du kannst selber bestimmen, wie weit du in die Dehnung hineingehst, indem du den Block entweder hochkant oder auch quer aufstellst. Zieh noch mal dein Schambein nach oben zum Bauchnabel, sodass du deinen unteren Rücken flach auf dem Boden spürst und dann drück die Füße in den Boden, heb dein Becken an und platziere jetzt den Block hier entweder hochkant oder quer hier unter dein Kreuzbein. Bitte nicht am unteren Rücken, sondern wirklich unter dem Kreuzbein und lass dein Becken hier von dem Block tragen. Die Arme kannst du einfach neben dem Körper ablegen oder wenn du mehr Öffnung für den Schulter-Brustkorbbereich möchtest, kannst du die Arme auch über den Kopf nehmen. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt deine Arme hier anfangen sollten zu kribbeln oder ein Taubheitsgefühl entsteht, dann nimm bitte die Arme wieder neben den Körper, weil dann ist es oft so, dass das Schlüsselbein auf den Nervenbündel drückt, denn wir wollen den Nerv nicht schädigen. Da ist eine wunderbare Öffnung hier für die Vorderseite des Körpers, wo wir auch hier den Brustraum öffnen, Schulterbereich öffnen. Auch hier, wenn du möchtest, schließe einfach deine Augen, genieße die Öffnung. Beim Yin-Yoga verlassen wir die Ebene des Denkens und des Handelns und wenden uns eher dem dem Fühlen zu, dem Spüren. Beobachte auch deinen inneren Dialog. Befreie dich von festgefahrenen Gedanken und Glaubenssätzen. Du musst jetzt hier keine Leistung erbringen, kein Ziel erreichen. Ruhe und Entspannung sind der Schlüssel zu Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Dein Becken wird hier wirklich komplett von dem Block getragen. Um aus der Position wieder herauszukommen, drückst du jetzt die Füße in den Boden, sodass du dein Becken anheben kannst. Dann ziehst du den Block heraus und lässt dann langsam dein Becken wieder zum Boden sinken. Jetzt zieh die Knie zu dir heran, nimm die Hände hier an deine Schienbeine und dann einfach ein bisschen von rechts nach links schaukeln, um den unteren Rücken hier das Kreuzbein so ein zu massieren. Und dann rollst du dich hier eine Seite und kommst langsam über die Seite nach oben zum Sitzen. Ich hoffe, dass du dich nun etwas ausgeglichener und entspannter fühlst. Dass du den restlichen Abend jetzt noch genießen kannst. Du kannst dich jetzt so lange wie du möchtest auf den Rücken in die Endentspannung in Shavasana legen. Falls dir kühl ist, deck dich gerne zu oder leg dir gerne was über die Augen und tauche komplett in die Entspannung ein.